Wie der Vater, so der Sohn. Das dachten sich einige Fußballprofis. Denn mittlerweile gibt es in FIFA nicht nur einige Ikonen, sondern auch deren Söhne in FIFA. Und die werden wir heute kaufen und in einem Team zusammenführen. Und die meisten wissen natürlich, wer da ins Tor kommt, und zwar Schmeichel. Aber der hat natürlich auch einen bekannten Sohn. Und das ist der Gute. Richtig, Kaspar Schmeichel. Rullit, die Baby-Icon. Maxim Rullit hat eine 60er-Karte. Maldini92, Daniel Maldini. Der Mann hat eine Silberkarte. Wer Ron? Wer ist wohl sein Vater? Wer Ron? Wer hätte es gedacht? Wir holen uns den mit Haji, Janis Haji, Patrick Kleuvert. Willkommen im Team, Justin Kleuvert. Und damit steht unser Vater-Sohn-Team.